Sir Thomas Mastermann Hardy, 1. Baronet GCB, Gen. Nelsons Hardy war einer der bekanntesten britischen Marineoffiziere des 19. Jahrhunderts, der unter dem Oberkommando Lord Nelsons unter anderem in den Seeschlachten bei Abu Ghir und Trafalgar diente. Bei Trafalgar war er Kapitän von Vize-Admiral Nelsons Flaggschiff HMS Victory und seit langem einer der vertrautesten Freunde Nelsons. Berühmt geworden sind Nelsons letzte Worte. Kiss me, Hardy, was heute manchmal auch als Kiss me, Hardy, gedeutet wird. Es wird von den bis zu Nelsons Tod Anwesenden überliefert, dass Hardy sich über Nelson beugte und ihn auf die Stirn küsste. Nach Thomas Hardy ist Port Hardy, der größte Ort im Norden Vancouver Islands, benannt. Leben Thomas Hardy wurde 1769 als sechstes Kind und zweiter Sohn von Josef Hardy auf Portesham, Dorset und seiner Frau Nanny. Der Tochter von Thomas Mastermann auf Kingston Russell, Dorset geboren. Er besuchte die Crewkerne Grammar School in Somerset und trat dann am 30. November 1781 als Captain's Servant auf der Brick HMS Helena unter Kapitän Francis Roberts aus Burton Bradstock in die königliche Marine ein. Im nächsten Jahr verließ er die Marine und ging wieder zur Schule. Nach einer Zeit in der Handelsmarine trat er am 5. Februar 1790 als Mitschippmann auf der HMS Hebe unter Sir Alexander Hood. Ebenfalls ein Dorset-Mann und Nachbar der Hardys erneut in die Royal Navy ein. Am 10. Dezember 1793 wurde er zum Marineoffizier auf der Fregatte HMS Meleager ernannt, die unter dem Kommando Kapitän Charles Tylers. Seit 1794 unter Kapitän George Cockburn, dessen Nachfolger als First Sea Lord Hardy 30 Jahre später werden sollte, zu Commodore Nelsons Geschwader gehörte. Das zu dieser Zeit vor Genour lag. Sein Biograf Jean Gore bezeichnet ihn als charakterfesten, vielversprechenden jungen Marineoffizier, der in bewundernswerter Weise alle Grundlagen für einen erfolgreichen Seeoffizier in sich trug. Er war der geborene Seemann mit einem Gespür für die richtige Tat zur richtigen Zeit. Im August 1796 wechselte Kapitän Cockburn auf die erbeutete Fregatte HMS Minerve und nahm Hardy mit sich. Der bei einem Zusammenstoß mit den spanischen Fregatten Santa Sabina und Sirres in Gefangenschaft geriet, er war als Führer eines Prisenkommandos an Bord der von ihrem Kapitän Don Jacobo Stuart übergebenen Santa Sabina gewesen, die von den Spaniern zurückerobert werden konnte. Nelson war gezwungen, seinem Admiral Sir John Jevis den Verlust zweier Offiziere, die Lieutenants John Calverhaus und Thomas Hardy, und des 40-köpfigen Prisenkommandos zu melden. Gleichzeitig schrieb er an den Generalkapitän des spanischen Hafens Gartagena, wo Hardy inhaftiert war, The fortune of what put la Sabina into my possession after she had been most gently defended. The fickle dame returned here to you with some of my officers and men in here. I have endeavoured to make the captivity of Don Jacobo Stuart a brave commander, as light as possible, and I trust to the generosity of your nation for its being reziprocal for the British officers and men. I consent, sir, that Don Jacobo may be extinct and at full liberty to serve his king when lieutenants Calverhaus and Hardy are delivered into the garrison of Gibraltar, Nelson an Bord der Minerva, 24. Dezember 1796 Am 29. Januar 1797 wurden Hardy und Calverhaus in Gibraltar auf freien Fuß gesetzt. Am 10. Februar 1797, einen Tag nach seiner Rückkehr zur Flotte, wurde die Minerva auf dem Weg zum Zusammentreffen mit Jervis in der Meerenge von Gibraltar erneut von spanischen Fregatten verfolgt. Dabei ging einer der britischen Seeleute über Bord. Hardy ließ sofort ein Beiboot zu Wasser, um den Matrosen zu retten. Das Boot driftete nach Achtern ab, in Richtung der nur auf Schussweite entfernten spanischen Schiffe. Und Hadys erneute Gefangennahme schien unausweichlich. Ein anderer Kapitän hätte vielleicht das Beiboot und seine Besatzung geopfert, um die Fregatte zu retten, aber Nelson, der die Situation schnell erfasst hatte, war aus anderem Holz geschnitzt. Er rief bei Gott all notlose Hardy. Back der Mützen Topseel. Diese kühne Aktion hatte Erfolg, die Spanier kürzten die Segel, und Hardy konnte wieder an Bord genommen werden. Drei Tage später nahm die HMS Minerva an der Schlacht am Kap Sankt. Vincent teil und trug so wesentlich zum Sieg der Briten bei, dass ihr Kommandant und die Besatzung belobigt wurden. Hardy wurde zum Kommander befördert und erhielt das Kommando über die HMS Mutine, die er auch 1798 in der Schlacht bei Abukir in Ägypten befehligte. Wegen seiner Verdienste in dieser Schlacht wurde er zum Kapitän der HMS Vengard ernannt, die bei Abukir Nelsens Flaggschiff gewesen war. An Bord der Vengard und der HMS Foodrojan diente er in den nächsten Jahren weiterhin unter Nelson in Neapel und Sizilien und war auch bei der Seeschlacht von Kopenhagen am 1. April 1801 dabei. Im Mai 1803 war er während der Belagerung von Toulon Flagg Captain of the Victory und war an Bord desselben Schiffes als Captain of the Fleet am Sieg über die französisch-spanische Flotte bei Trafalgar beteiligt. Bei der Admiral Nelson tödlich verwundet wurde, berühmt geworden ist der letzte Wunsch des sterbenden Nelsens an Hardy, Kiss Me Hardy. War er seit der Schlacht am Nil einigen wenigen als Nelsens Hardy bekannt. So war diese Bezeichnung nach Trafalgar in aller Munde und sollte bis in alle Zeiten die höchste Auszeichnung in seiner Karriere bleiben. Im Februar 1806 wurde er zum Baronet erhoben und im nächsten Jahr, am 17. November 1807, heiratete er in Halifax, Neuschotland. Anne-Louisa Emily Berkeley, die Tochter des Oberkommandierenden Sir George Berkeley, aus der Ehe gingen drei Töchter hervor. Von 1809 bis 1812 diente er als portugiesischer Kommodore auf der Bar Fleur in Lissabon. Nach einer Verwendung bei der North American Station wurde er 1815 zum Ritter des Beth Ordens ernannt und kehrte nach England zurück. Um bis 1819 dikasekunden Kommando der königlichen Jacht Augusta zu übernehmen. Danach war er Oberbefehlshaber der South American Station und wurde 1825 zum Rier Admiral of the Blue und 1830 zum Rier Admiral of the White. Er nannt. Im November desselben Jahres übernahm er das Amt des ersten Seelords der Admiralität. Er hielt 1831 dikasekunden Großkreuz des Beth Ordens und wurde 1837 Weißadmiral of the Blue. Nelsons H.D. starb am 20. September 1839. Er wurde im Greenwich Hospital beigesetzt, dessen Gouverneur er seit 1834 gewesen war. Er wurde im Greenwich Кар定 gezw decide das global weiter heraus. Er wurde im KleinDIB denn um leitend mit seinem Taboon pie 피 Foi Alexander. Leitend Chancellor Michael Breawker? Er wurde im Greenwichunterricht von ihrem Park St Krankenhaus He thực in den Park St helping sein. Er wurde im Winter calibrier von Dien too. 동안 Bernwauer Wil!